Willkommen bei Isolate. Wir präsentieren Ihnen unser LED-Fliesenprofil T-Profil und zeigen Ihnen, wie Sie es einfach, präzise und sauber in eine gefließte Wand in der Mitte einbauen können. Das Profil aus eloxiertem Aluminium wird in einer Standardlänge von 2 m und 2,5 m geliefert. Es ist ein vollwertiges Lichtmodul und kann mit einem Flexband mit einer maximalen Breite von 14 mm bestückt werden. Verteilen Sie nun den Kleber mit einem Zahnspachtel so durch, dass ein gleichmäßiger Kleberauftrag entsteht. Unser Fliesenprofil hat entlang seiner Flügel Aussparungen, sodass die Flügel hinter die Fliese geschoben werden können, bevor der Kleber ausgehärtet ist. Nachdem das Aluprofil platziert und in das Kleberbett gedrückt wurde, können die restlichen Fliesen verlegt werden. Verwenden Sie zum Schutz unser Schutzcover, welches in das Aluprofil eingeklebt werden kann. Sobald der Fliesenkleber vollständig ausgehärtet ist, können Sie mit dem Verspachteln beginnen. Zuletzt wird das Schutzcover abgenommen, gereinigt und kann anschließend wiederverwendet werden. Nun können Sie das Flexband in das Profil einkleben. Gehen Sie behutsam vor und verwenden Sie idealerweise einen Roller, so wie unser Profi. Wir empfehlen für eine optimale Haftung, das Profil mit einem geeigneten Reiniger zu entfetten. Sie können jetzt die gewünschte Kunststoffabdeckung aus bruchsicherem und schwer brennbarem Polycarbonat in das Profil drücken. Je nach gewünschter Lichtmenge und Lichtqualitätsbedarf der Räumlichkeiten wählen Sie zwischen opal, satinierter und weiß-matter Abdeckung aus. Genießen Sie das perfekte Ergebnis, ganzheitliche LED-Lichtlösungen mit flexiblen Lichtlinien. Entdecken Sie das gesamte Produktsortiment auf www.isolet.shop, www.isolet.ch oder www.isolet.hu doet.ch Untertitelung des ZDF, 2020